Das Mulchen des Schnittguts ist in jeder Hinsicht sinnvoll. Es ist dem Umweltschutz dienlich, es fallen weniger Grünschnittabfälle an, Energieverbraucher und Emissionen werden reduziert und der Gartenerde werden Feuchtigkeit und lebenswichtige Nährstoffe zurückgegeben. Aber das Beste ist, das Mähen geht jetzt schneller und einfacher als je zuvor. Das Mulchen von Schnittguts ist eine gute Sache und Toro sorgt mit seiner patentierten Recycler-Technik für eine hochwertige Mulche. Vor über 20 Jahren war Toro der erste überhaupt, der einen Recycler-Rasenmäher entwickelte und seither haben wir nie in unseren Bemühungen nachgelassen, unsere Entwicklungen zu perfektionieren. Speziell konstruierte Schnittmesser sorgen für einen intensiven Luftstrom und präzise platzierte Ablenkbleche bzw. Kicker lassen ein Aufwindgebläse entstehen, welches das Schnittgut wieder und wieder in die Schnittmesser treibt. Auf diese Weise wird das Schnittgut bis zu 15 Mal zerkleinert und dann mit Wucht in den Rasen zurückgeblasen, wo es sich diskret auf der Rasenfläche verteilt. So erhalten Sie einen sauberen Rasenschnitt, ohne dass Sie das Schnittgut aufwendig einsammeln müssen. Ein innovatives System mit einem sauberen Ergebnis. Und darüber hinaus sparen Sie Zeit und tun etwas für die Kräftigung Ihres Rasens. All dies bringt die Recycler-Technik von Toro. Wieder ein Grund mehr auf Toro zu setzen, wenn es um Ihren Garten geht.